Punkt 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegeneration beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Alle Landflächen und Ressourcen werden digital erfasst, Umwelt- und Schutzzonen werden ausgeweitet, um die Menschen in die 15-Minuten-Städte zu treiben. Agrarnutzflächen werden zentral verwaltet und kontrolliert, so dass jederzeit Nutzungsverbote ausgesprochen werden können, was es den Bauern unmöglich machen wird, Nahrungsmittel anzubauen. Damit werden künstliche Nahrungsmittelknappheiten ausgelöst, Gewerbetreibende werden entsprechende Lizenzen erwerben müssen. Die Nutzung von Naturflächen wie Wälder, Parks, Berge, Wiesen, Feucht- und Trockengebiete wird stärker reguliert und eingeschränkt oder nur mit einem bestimmten CO2-Guthaben erlaubt sein. Zur angeblichen Vermeidung von Dürren und Ausbreitung von Trockengebieten wird mit chemischen und technischen Mitteln in die natürlichen Abläufe und Prozesse dieser Erde eingegriffen. Dies wird die Biosphäre noch mehr zerstören, was eines der Ziele der Technokraten darstellt. Gezielte Ausrottung von Pflanzenarten durch Chemikalien und deren Ersetzung durch Gen veränderte, sich nicht selbst reproduzierende Pflanzen, die nicht nur keinerlei Mehrwert haben, sondern auch das Gleichgewicht der Natur zerstören werden. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017